Die er hier knacken muss. Shang-Kung, eine Bundesliga-Bilanz von 20 zu 7. Und das wird hier wahrscheinlich auch eine knappe Begegnung werden. Bei den chinesischen Meisterschaften hat er jeweils eine Bronze-Medaille im Herrn. Ja, was soll man zu ihm sagen? Der Rekord-Europameister, 11 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, 19 Euro. Tischtennissport. Natürlich auch zusammen mit Jörg Roskopf, der hier weiterhin an meiner Seite ist. Jörg, was meinst du bei diesem Duell? Wer wird da die Nase vorn haben? Natürlich ein enges Spiel. In der Champions League hatte Shang-Kung 4 zu 0, glaube ich, im fünften Satz noch geführt gehabt. Damals ging es nur bis 6. In der Champions League haben sie ein anderes System gespielt. Aber Timo hat so viel Erfahrung, so wie du gesagt hast. Er hat schon wirklich auf allen großen Turnieren gespielt, um alle Medaillen mitgespielt. Und auch schon viele, viele Titel für Borussia Düsseldorf geholt. Man ist gespannt, immer wieder zu sehen, wo ist der Stand und am Ende dann auch das Spiel gewinnen wird. Sehr interessant. Es ist ein Linkshänder-Duell. Das ist das große Problem, weil er natürlich auch mit vielen Linkssendern auch trainiert. Christian Kahl reinlassen, sondern wir spielen viel dann irgendwelche Ballwege. Jörg und an den tiefen Vorhand. Jetzt kommt ein Ball eigentlich auch extrem schnell zurück. Und deswegen ist es kein Problem mehr. Ja, Shang-Kung liegt hier jetzt mit 7 zu 5 in Ordnung. Ah, ein Rückstand, weil er schwitzen kann. Und da hat er sich gut bewegt. Aufzustehen schon, aber gleich Weltklasse abzuliefern. Das schafft er auch. Und hoffen, dass da Timo Boll auch wach genug ist. Jetzt spielt im ersten Satz bisher wirklich ein sehr gutes Dichtentnis, Shang-Kung. Und dementsprechend... Timo Boll guckt da etwas unzufrieden. ...reinlegen können. ...aus diesem Time-Out herauskommt. Stark. Starker Flip, aber in diesem Fall hat er den Aufschlag dann doch... ...um die Steher-Qualitäten von Timo Boll, der schon so oft zurückgekommen ist und auch in der Lage ist... ...meistens extrem cool bleibt in solchen Situationen. ...und natürlich wäre es auch wichtig für Borussia Düsseldorf, hier mit 2 zu 1 in Führung. ... gegen Anton Kellbeck, also im letzten Einzel. Dann müsste Kellbeck... ...noch mal nach dem Rückstand dann gegen Darko Jorgic, der natürlich auch mit vollem Selbstvertrauen in dieses Spiel kommt. ...und jetzt muss ich mal kurz in die Parade fahren. Nach vorne gekommen, wie ein Fechter. Super bewegt, ja. Antizipiert und dann... Ja, aber bringe die Gedanken zu Ende gegen Darko Jorgic. Gegen Darko Jorgic, der ja auch mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel kommt dann. Also das ist wirklich dann auch ein schweres Spiel. Shang-Kung das Leben extrem schwer machen. Ich denke mal, das ist nur eine Vorsicht. Ja, so wie ich gesagt habe, extrem weicher Boden. Noch 5 zu 3 für Timo Boll. Jetzt hat er ein bisschen Peck. Tartan-Bahn-Aussicht, das ist ja hier eine Leichtkritik-Halle. Aber die Spieler können sich darauf einstellen und das sollte nie eine Ausrede sein. Ich bin ein bisschen froh, dass wir bei den... Dann bekommt er den Ball auch besser platziert. Aber ausstattet der Gegenläufer die Rotation? Man hat ja, so wie man jetzt gerade gesehen hat... Genau, das war der, der vielleicht jetzt kommt. Das war jetzt ein gerader Aufschlag. Das bedeutet, da ist Unterschnitt drin in diesem... Und was Timo auszeichnet, er hatte sehr, sehr gute, lange Aufschläge. Mich wundert es, dass er noch keinen langen Aufschlag gemacht hat. Weil, wenn er jetzt hier 0 zu 2 zurückliegt. In der Tat. Und er macht den Port. Der Flip, da hat er sich gut gestellt. Aber auch stark von Frank Kuhn. Trotzdem noch die bessere Antwort von... ...Mündigkeit. Trotzdem, wie wir es gesehen haben, das bessere Ende für Timo Boll. Und da hatte er den Rückschlag doch eigentlich zu hoch gestellt. Aber da hat er wieder antizipiert. Das ist durchaus auch eine relativ große Nummer bei den chinesischen Meisterschaften. Spielen. Die hat er verpasst. Und da wird auch schon dann direkt mehr oder weniger ausgewechselt in China. Da kommt die nächste Generation. Und so läuft rein. Und hat Saarbrücken auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und haben dann aber eine erstaunliche Rückserie hingelegt. Also in der Hinserie waren sie nicht mal auf einem Playoffplatz. Und hier in diesem Spiel führt Timo Boll 4 zu 3 im dritten Satz. Und auch der Spielstand 1 zu 1. Also alles auf Augenhöhe. Und jetzt gleich sieht er so ein ganz kleines Bäuchlein. Ist er nicht so ganz austrainiert oder täuscht das? Da kann er ein kleines Bäuchlein bekommen. Weil in China natürlich dann auch ein paar Stunden mehr trainiert wird. Das ist ein echt schweres Spiel für Timo Boll aktuell. Wieder mit Vorhand. Er bewegt sich viel. Nicht zu viel in Rückhand zu bleiben. Jetzt wieder ein guter Aufschlag. Pokalsieg. Champions-League-Sieger übrigens gegen Saarbrücken. Und deutsche Meisterschaft. Und viermal. Und mit eigenem Aufschlag. Diesmal konnte er den Chinesen nicht überraschen. Ja, eigentlich sah es doch ganz gut aus bei dieser Rallye. Er kam mit der Vorhand zum Zug, aber da ist er nicht genug am Tisch rangegangen. Genau. Er war wieder zu weit hinten gewesen. Jetzt hätte er einen Tick weiter nach vorne kommen müssen. Timo, man hat ja gesehen, er hat den Ball ja unten am Schläger getroffen. Und eigentlich versuchen wir ja den Ball am Schläger ein bisschen nach oben zu treffen. Und da hat er zu wenig Grip gehabt dann und der Ball ist ihm weggerutscht eigentlich. Aber das ist eine starke... 9 zu 7. Sehr starker Return. Und dann noch die Vorhand hinterher. Timo Boll, 10 zu 7. Drei Satzbälle jetzt für den Düsseldorfer. Und das Präsidium von Düsseldorf steht natürlich hinter ihm, hinter Timo Boll. Jetzt ist die Chance da und er nutzt sie. 11 zu 7. Timo Boll geht hier mit 2 zu 1 in 4. Im dritten Satz, dass Timo auch die Rückhand öfters auch mal parallel spielt. Timo Boll sichert sich hier auch den ersten Punkt. Und wieder starker Aufschlag. Schankun antizipiert gut, aber Timo Boll jetzt... 1 zu 0 jetzt für die Führung. 2 zu 0 die Führung jetzt für den Borussen. Sehr variabel wieder gespielt von Timo Boll. Jetzt allerdings ein Bedrängnis trotzdem. Das zeichnet ihn jetzt aus. Da hat er sich verbessert. Früher hatte er meines Erachtens ein paar Schwächen bei den Rallys aus der Halbdistanz mit der Rückhand. Da ist er jetzt wesentlich variabler und Druckfaller geworden, oder? Ja, weil er einen guten Rückhand-Hauschen bekommen hat. Das muss man einfach so sehen, dass er daran gearbeitet hat. Es ist echt schwierig, Timo in den Rallys zu schlagen. Weil er beidseitig gut Topsin-Topsin spielen kann. Und jetzt ist er ja komplett im Spiel drin, auch wenn er diesen Punkt verliert. Aber Schankun muss absolut ans Limit jetzt gehen, um da mithalten zu können. Ja, wieder eine sensationelle Reaktion, ein sensationeller Reflex von Timo Boll. Aber Schankun ebenfalls auf diesem Niveau in dem Fall. Und sichert sich den ersten Punkt in diesem Satz. Was er jetzt hier zeigt. Was er jetzt hier zeigt. Ja, da hat er mal... Schankun den Aufschlag gewechselt. Die sind wichtig. Oh, Glück für Timo. Gleich die... Und jetzt kann er vielleicht bei eigenem Aufschlag seine Führung sogar ausbauen. Wieder Glück. 6 zu 3. Jetzt für ihn. Super. Aber auch wieder einer. Wieder eine Alternative. Wirklich gut. Spielt. In der Tat. Und wir sprachen von den Möglichkeiten von Timo Boll, die er hat, zu variieren. Das trifft natürlich auch auf Schankun zu. Aber jetzt... Genau erwischt. 8 zu 5 die Führung. Und nochmal die Rückhand hinterher. Jetzt noch ein Aufschlag für Schankun. Wichtig für ihn den Punkt zu machen, aber er macht ihn nicht. Und der erste gleich. Ein Ass sozusagen. Timo Boll lästig, souverän. Eine ganz tolle...